Hallo? Warnung, nach wenigen Minuten wird Fanta Mas. Wer die Gneisenau-Straße an der Ecke Heine-Straße überqueren will, der sollte ab sofort besser Kleingeld dabei haben. Nur wer 50 Cent in diesen Kasten steckt, bekommt dafür grünes Licht. Ist die Testphase hier in Duisburg-Neudorf erfolgreich, sollen noch in diesem Jahr Fußgängerampeln im gesamten Stadtgebiet mit Münzautomaten ausgestattet werden. Der Stadtrat will die Einnahmen dazu nutzen, den Schuldenberg der Stadt in Höhe von rund 3,3 Milliarden Euro schneller abzubauen. Ein hehres Ziel, aber was halten die Duisburger von der Neuerung? Anwohner Christian Werner reicht für die Überquerung eine einfache Grünphase von 4 Sekunden für 50 Cent. Ach, wissen Sie, ich habe da drüben mein Büro, ja? Da muss ich aber täglich manchmal hier rüber, weil ich einen kleinen Hund habe, auf dem muss ich aufpassen und so weiter. Und so tut mir die Bewegung immer ganz gut. Man muss ja hier wirklich Gas geben, damit man rüberkommt. Deswegen eine gute Sache. Und so bleibst du fit. Es geht aber auch komfortabler. Wer nur etwas mehr investiert, nämlich einen Euro, hat satte 8 Sekunden Zeit, die Fahrbahn zu überqueren. Wer sparen muss, für den bieten sich Fahrbahn-Überquerungsgemeinschaften an. Man kann inzwischen von einer regelrechten Crosswalk-Sharing-Szene sprechen, die sich hier entwickelt hat. Über alle demografischen und sozialen Grenzen hinweg wird hier zusammengearbeitet. Damit hat das Projekt neben seinen finanziellen Vorteilen auch einen erfreulich großen gesellschaftlichen Nutzen. Das ist schwer zu erklären. Ihr habt ihr in die Frage, was es geht um die Stolbe? Oder um die Stolbe oder um die Stolbe? Sie sehen, Sie sehen, Sie sehen, Sie sehen, Sie sehen, wie es noch nie gab. Hier ist es immer eine Probleme mit dem переходen, mit dem Fahrbahn-Überqueren. Wenn es die Probleme, dann mit dem Fahrbahn-Überqueren, dann mit dem Fahrbahn-Überqueren. Mit dem Fahrbahn-Überqueren, mit dem Fahrbahn-Überqueren und mit dem Fahrbahn-Überqueren. Ich glaube, es ist normal, aber in der nächsten Zeit, das ist ein schweres Problem, aber es 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 ist ein schweres Problem, mit dem Fahrbahn-Überqueren und mit dem Fahrbahn-Überqueren. Die Studia Säuze ist mit Ihnen zufrieden. Und die Albums von allen Ereignissen, die in diesem Säuze sind, Sie können Sie immer kaufen in den Lieblings-Überqueren Studien Säuze. Bis zum nächsten Mal!